Hallo Leute, willkommen zu Daily Block 9. Heute gehen wir wieder nach Rattenberg, weil da ein Flohmarkt ist und da wir ein bisschen shoppen gehen vielleicht. Dann gehen wir zur Rattenburg, da war ich noch, glaube ich, noch nie und werde das auf jeden Fall erkunden, was da ist. Und wir werden vielleicht doch heute noch an einen See gehen und vielleicht doch da drin baden, das wissen wir noch nicht. Dann soll die Oma noch mit hinzukommen. Komm mal. Die Oma ist schon da. Schönen guten Morgen. Mal sehen, wie der Flohmarkt wird, was wir uns kaufen. Mal schauen. Ja, was wir dann weitermachen, ist noch nicht ganz klar. Kommt drauf an, das Wetter durchhält. Im Moment ist es sehr schwül, warm, schwitzt jetzt schon wieder saugen. Und wir gehen jetzt gleich los. Bis daher. Tschüss. Tschüss und bis gleich. Wir gehen jetzt zum Flohmarkt und der müsste gleich da zu sehen sein. Hott und Dich. So, Leute. Wir gehen jetzt zur Rattenburg. Wir holen vielleicht noch ein bisschen was zu essen in Rattenberg, aber dann gehen wir halt zur Rattenburg, die da, glaube ich, ist da oben. Und werden die ein bisschen erkunden. Wir werden euch die zeigen. Und ja, dann kommt mal mit. Genauso machen wir das. Der Flohmarkt war interessant. Wieder einige Sachen gekauft. Ich kann ja nicht widerstehen. Und jetzt müssen wir uns erstmal erholen. Es ist so furchtbar warm heute. Aber wir schaffen das. Bis gleich. Auf der Burg. Tschau. Ich habe ja lange Ruhe. Ich habe ja lange Ruhe. Ja, nun mach die Brennnessel weg. Und jetzt? Ich kriege noch. Du könntest ja abbrechen. Fein, fein, danke. Wir müssen einen schönen Stein suchen, ist sehr gut hier. Geht, ne? Ja, ne. Mann, 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 das ist schon ganz schön verfallen hier. Aber, guck doch mal oben, da drehe ich mal um dir, guck mal da oben hoch. Da müssen wir rüberkommen, ich gehe schon mal voran. So, jetzt sind wir an einer Ecke, wo es ein bisschen, ja, eleganter ist, muss man sagen. Alles ist renoviert. Da fällt nichts auf den Kopf. Da hinten muss man ja Angst haben, dass man da erschlagen wird von der alten Mauer. Und nun schauen wir uns mal an und genießen den Blick von hier oben. Wunderschön. 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 Das ist... Hm? Ist das ja eben? Ja. Das ist ja eben. Genau. Wieder ein Kilo abgenommen. Hoffentlich. Dann mache ich die Tour jeden Tag. Das lohnt sich dann. Bis zum Urlaub habe ich noch fünf Kilo weg. Ja, super. Bin mir einverstanden. Ne? Ach das. Ne, 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 ne. Die tut sowas für ein Brezel. So Leute, wir haben jetzt noch ein paar Steine angemalt, weil hier ähm, haben wir halt von meinem verstorbenen Opa ein bisschen Gedenken drauf gemalt und so. Den werden wir ans Grab legen, glaube ich, und den werden wir hier lassen, glaube ich. Andersrum. Andersrum. Andersrum? Ja, andersrum. Auch macht er nichts. Andersrum. Und ja, wir gehen jetzt irgendwo noch hin, wo wir hingehen wollen. Ein bisschen Unwetter sieht es da hinten nach aus. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht so viel machen können. Weil das, das sieht nach Unwetter aus da drüben. So, jetzt haben wir eine Ecke gefunden, Franz, wo wir einen Stein für dich hinlegen können. Ja. Wir sind auch so in ein paar Jahren immer noch der Lies. Zumindest der Stein. Zum Andenken. Ja. Tschüss. So, wir sind von der Burg runter, völlig erschöpft, haben einen wunderschönen Stein gefunden, Dirk natürlich, haben ihn bemalt, beschriftet, zum Andenken an Franz und haben ihn oben versteckt. Ich bin gespannt, ob er in zwei Jahren oder drei, wenn wir mal wiederkommen, da noch liegt. Ganz super. Alles fotografiert, von oben herrliche Aufnahmen gemacht, es war toll. Aber jetzt sind wir vollkommen Scholle, es ist so warm und es sieht so nach Gewitter aus. Wir sind froh, dass wir im Bus sind, dass ich endlich mal gefahren werden kann. Schuhe aus und hin auf den Sitz. Bis dann. Mahlzeit. So, Leute, wir sind jetzt beim Hintersteiner See und hier gehen wir gleich beim Restaurant essen. Seestübel. Seestübel. Das kann ich euch auch mal gleich zeigen. Und ich hoffe, hier gibt es leckeres Essen. Bestimmt gibt es hier leckeres Essen. Auf jeden Fall. Ja, und dann, kann die Oma ja noch mal sagen. Dann esse ich meine Spaghetti-Nudeln mit Knoblauch, da freue ich mich das ganze Jahr drauf. Hoffentlich haben sie das auch noch auf ihrer Speisekarte. Ja. Ne? Dann, let's go. Und es geht los. So, Leute, wir haben jetzt erstmal ein bisschen gegessen im Restaurant, was hinter uns oder hinter Papa steht. Und wir haben heute auf jeden Fall einen schönen Tag gehabt. Oma, wie fandest du den Tag? Ja, super. Wir machen jetzt noch einen kleinen Spaziergang, damit wir uns das Essen verdauen können. Ja, die Luft ist sehr schön, hat etwas geregnet, hat aber sehr schöne, klare Luft jetzt. Ja, und das Essen hat lecker geschmeckt. Wir atmen durch, machen noch einen kleinen Weg um den halben See herum. Mascha badet im Bus, sie ist zu faul. Also machen wir uns alleine auf die Socken. Was sagst du dazu? Die Bastion. Klar, ne? Ja. Ab geht's. Auf, los. So. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Keinen Dislike. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf TikTok, Instagram und Facebook. Und dann, tschüssi Leute. Und schaut auf meinen Shop vorbei und wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt es unten in die Kommis. So, wir sind jetzt hinterm, äh Steiner. See. Was? Wir sind am Hintersteiner See. Ach so, wir sind jetzt im Hintersteiner See.